Und begrüße euch und sie recht herzlich zum Einstiegswebinar zum Thema Künstliche Intelligenz in der Gemeindearbeit. Und wir wollen auch schon direkt Künstlich Intelligent mit einer Begrüßung anfangen, die ich vorbereitet habe, nämlich... Und herzlich willkommen! Ich begrüße sie und euch zur heutigen Veranstaltung des Fachbereichs Erwachsenenbildung und Familienbildung und wünsche uns allen einen unterhaltsamen Abend. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und ich bin Referent für Digitale Bildung im Zentrum Bildung der IKHN. Aber eigentlich bin ich das doch nicht, denn ich bin ein KI-generiertes Video, das auf einem einzigen Foto von Tobias Albers-Heinemann aufbaut. Genau, also das ist schon mal der passende Einstieg zum Thema Künstliche Intelligenz, was alles möglich und machbar ist. Das war in der Tat ein Dienst, wo man einfach nur ein beliebiges Foto hochlädt, einen Text reinschreibt und dieser Dienst dann ein solches Video erstellt, werde ich am Schluss auch nochmal zeigen. Aber worum geht es heute ganz konkret? Ich habe mir ein paar Tools rausgesucht, die meiner Meinung nach für die Arbeit in der Gemeinde, aber auch für meine Arbeit im Zentrum Bildung sehr, ich sage mal, viel Mehrwert bringen, sehr, sehr wichtig sind. Ich möchte nicht irgendwie auf den aktuellen KI-Hype irgendwie eingehen, auf Definitionen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz, auch so die Diskussion, ja, kann man eigentlich Gottesdienste darüber machen, wie es jetzt im Kirchentag stattgefunden hat. Ich glaube, das würde hier einfach den Rahmen sprengen. Das soll jetzt einfach so eine Grundlageninformation oder ein Grundlagenwebinar sein zu den Diensten, die ich hier aufgelistet habe. Es soll um Deeple gehen, ein Übersetzungstool, DeepleWrite, ein Grammatiktool, Chat-GPT, was einige vielleicht schon mal gehört haben, Chat-PDF, Mitte-Journey und Firefly. Und das werde ich jetzt einfach auch mal jetzt der Reihe nach einfach mal vorstellen, ganz frontal. Ich hatte mir gedacht, für die Rückfragen, die Rückfragen würde ich gerne am Ende, ich sage mal, drauf eingehen. Und da würde ich euch und Sie bitten, nicht den Chat zu benutzen, sondern es gibt hier unten in der Leiste, ich zeige das mal gerade eben, einen Moment, gibt es hier einen Button F und A, der steht für Frage und Antwort. Und dann öffnet sich hier so ein Tool. Und da können Sie Ihre Fragen einfach reinschreiben. Sie sehen auch, bitte nur die inhaltlichen Fragen, Sie sehen dort auch die Fragen der anderen. Sie können dann auch schon auf die Fragen der anderen antworten. Sie können auf die Fragen der anderen mit einem Daumen nach oben reagieren, abstimmen. Und die Fragen mit den meisten Votes, die werden dann oben angezeigt am Ende, sodass wir uns dann am Ende der Veranstaltung einfach so von oben nach unten ein bisschen abarbeiten können und danach vielleicht dann auch noch mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Aber das findet dann noch außerhalb der Aufzeichnung statt. Ja, worum soll es im Prinzip gehen? Ich habe gesagt, ich möchte nicht so auf diesen KI-Hype eingehen und ich gehe mal kurz darauf ein, was ich damit meine. Und zwar ein Punkt, der mich gerade ganz gewaltig stört, das ist so eine Stimmung, eine Berichterstattung, so eine Auffassung rund um das Thema künstliche Intelligenz, was wir im Prinzip oder was im Prinzip auch gar nicht so wirklich neu ist. Ich habe mal hier ein Cover vom Spiegel. Der Mensch zu dumm fürs Überleben und signalisiert ja so ein bisschen der Affe vor dem Computer. Und geneigte IT-Menschen werden jetzt sehen anhand des Computers, dass das kein aktuelles Bild vom Spiegel ist, sondern aus dem Jahr 1988, also auch da hatte man schon die Befürchtung, ja, die Computer nimmt uns einfach die Intelligenz des Menschen ab und macht im Prinzip oder ja, uns als Menschen auch unsere Position strittig. Nicht anders, knapp zehn Jahre später, Mensch gegen Maschine, das Schachexperiment mit den großen Schachcomputern, es geht immer so um einen Wettkampf, wer ist eigentlich intelligenter Mensch oder Maschine und es wird medial auch wirklich ein Wettkampf drum gemacht und jetzt in einem aktuellen Spiegel aus diesem Jahr wird Künstliche Intelligenz auch als die neue Weltmacht im Prinzip auch ja deklariert und auch betitelt. Ähnlich auch das Times Magazine, was jetzt in der letzten Ausgabe geschrieben hat, The End of Humanity, das Ende der Menschlichkeit oder der Menschheit. Und das finde ich, das ist eine ganz gefährliche oder auf jeden Fall eine sehr, sehr prägende Berichterstattung, weil hier einfach ein Bild von einer KI geschaffen wird, was der Realität überhaupt nicht gerecht wird. Und dieses Bild, das bestimmt gerade so diesen Diskurs um das Thema Künstliche Intelligenz. Also das heißt, wir reden gar nicht, wir diskutieren gar nicht darüber, was Künstliche Intelligenz eigentlich kann, sondern wir nehmen irgendwelche Themen. Künstliche Intelligenz ist eine Bedrohung für die Welt, für den Weltfrieden und kann die Menschheit ausrotten, hat mich jetzt letztens auch gelesen. Und dann diskutieren wir darüber, finden wir das gut, finden wir das nicht gut. Wir diskutieren nicht darüber, stimmt das, sondern wir diskutieren darüber, ist das gut oder ist das nicht gut. Und dieser ganze Prozess, der hat auch einen Namen, der findet sich wieder unter dem Begriff Critty Hype. Also das ist im Prinzip eine Form der Kritik, die sich aus dem Hype speist und diesen zugleich weiter anfüttert. Und daraus entsteht im Prinzip so eine Polarisierung, was Künstliche Intelligenz auch anbetrifft, zwischen ja wirklich dieser Euphorie und auch einer aus Angst oder Unwissenheit resultierenden absoluten Ablehnung und Abneigung, dass man einfach sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Und da möchte ich einfach so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ich möchte einfach mal ganz objektiv gucken, okay, aus meiner Perspektive im Zentrum Bildung, was ist denn das, wo ich von künstlicher Intelligenz, ich sage mal, profitieren kann? Was, ich sage mal, sind wirkliche Vorteile, Nutzen, aber vor allen Dingen auch, wo sind die Grenzen? Und es sind jede Menge Grenzen da, wenn man sie erkennt. Und keine Angst, die Rolle des Menschen geht nicht, auf keine Art und Weise verloren. Noch mal zur Übersicht. Die ersten beiden, ja, DIPL oder Dienste, ist vielleicht den einen oder anderen ein Begriff. DIPL ist ja ein Übersetzungstool, gibt es ja viele Übersetzungstools. Das ist ein Übersetzungstool aus Deutschland. Und das ist ein unheimlich geniales Tool, weil jetzt einfach sehr, sehr viel im Bereich IT, Informatik, Digitalität, Digitalisierung einfach auf Englisch stattfindet. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, gerade so dieses Geschäftsenglisch, das ist nicht jedermanns Sache, das ist auch nicht meine Sache. Ich weiß noch vor einigen Jahren, als wir für einen Dienst Miro einen Education-Tarif, also Bildungstarif beantragt haben, da musste ich wirklich rumfragen, wer spricht denn hier wirklich vertragssicher Englisch und wer kann mir da denn helfen? Weil ich bin da total überfordert mit, englischsprachigen Vertragsunterlagen oder eben auch mit, ich sage mal, allgemeinen Geschäftsbedingungen, mit denen wir zu tun haben, die auch dann auf Englisch vorliegen. Und da kann DIPL wirklich eine super Hilfe sein. Und zwar indem wir einfach, das ist die Oberfläche von DIPL, DIPL.com, es gibt eine kostenlose und eine kostenpflichtige Variante. Die Reise steht auf der Webseite, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Mit der kostenlosen Variante kommt man auch ziemlich weit. Und ich habe hier, dafür wechsle ich mal gerade kurz die Freigabe, ein Dokument, und zwar so die Terms of Service, das heißt allgemeine Geschäftsbedingungen von einem Dienst, den ich, ich sage mal, durchgehen möchte, übersetzen möchte. Und das geht total einfach mit DIPL, nämlich DIPL hatte mich hier, ich gehe noch mal gerade in die andere Freigabe zurück, nicht nur die Möglichkeit, Text, den wir hier schreiben, zu übersetzen und alle Sprachen, wie wir es von Google-Übersetzer zum Beispiel auch kennen, sondern auch komplette Dateien zu übersetzen. Und hier kann ich mir jetzt einfach diese englischsprachige Datei aussuchen, Terms of Condition als PDF, wird jetzt hochgeladen und ich kann jetzt hier sagen, übersetze nach Deutsch. Jetzt wird das Ganze überarbeitet, das sind ja mehrere Seiten, das dauert jetzt ein paar Sekunden. Und dann habe ich auch gleich eine wirklich gute, sehr gute, ja, eins zu eins Übersetzung von dem PDF und nicht nur die Sprache ist übersetzt, sondern das PDF befindet sich auch in dem gleichen Layout, wie das andere PDF vorher war. Also das ist wirklich total erstaunlich und ja, Muttersprachler und Übersetzer haben mir auch schon gesagt, dass das wirklich eine supergute Übersetzung ist, vielleicht mal ein Komma anders gesetzt. Jetzt sehe ich hier deutsche Übersetzung fertig, herunterladen, kann ich mir jetzt aufmachen und dann sehe ich hier die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Deutsch. und das ist im Prinzip schon mal ein Tool, ich sage mal, was mir unheimlich behilflich ist und ich werde jetzt im Laufe des Abends auch immer mal wieder auf DeepL zurückkommen, weil gerade wenn es darum geht, Befehle für künstliche Intelligenzen, für Eingabeaufforderungen zu setzen, die müssen alle in Englisch stattfinden und wer damit wirklich ja, ein bisschen seine Schwierigkeiten hat, wie ich auch, der übersetzt das. Hilke fragt gerade alle Sprachen, 31 Sprachen, also das sind hier die Sprachen, die übersetzt werden. Beschrift wirklich super und ich habe auch EU-Anträge, die ich im Prinzip darüber führe oder darüber auch übersetzt habe, Deutsch geschrieben, ins Englisch übersetzt haben und das auch einwandfrei funktioniert hat. Genau, das ist DeepLWrite oder der DeepLÜbersetzer und es gibt auch eine andere Form vom DeepL in einer Beta erhältlich, das ist nämlich DeepLWrite und DeepLWrite ist ein Textverbesserungstool und hier geht es einfach darum, geschriebenen Text, den ich habe, auf Grammatik hin zu überprüfen. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen Text aus unserem Blog, den ich mir jetzt hier mal rauskopiere, mache ich sage jetzt hier mal, wo habe ich denn ein bisschen Text, ein bisschen mehr Text, hier mal ein bisschen Text, so, den kopiere ich mir jetzt mal raus, füge den hier in DeepLWrite ein und dann bekomme ich hier auf der rechten Seite eine Überprüfung des Satzbaus und der Grabatik. Also das heißt, im Original heißt es, im Zuge des Projektes, Eduverse Social fand am 17.5. einen Online-Kurs statt, bietet mir jetzt an, im Rahmen des Projektes fand am 17.5. einen Online-Kurs statt, der sich mit Erforschung digitaler 3D-Welten beschäftigte. Das finde ich ein super Tool, um einfach auch die eigene Schreibfähigkeit auch mal ein bisschen weiterzuentwickeln. Vielleicht auch, wenn man ja irgendwie stilistische Wiederholungen hat, die einem nicht so oft auffallen. Man bekommt hier auch direkt Alternativen vorgeschlagen und die machen auch den Text, ich sage mal, ein Stück weit professioneller und ich glaube, das ist auch ein gutes Thema für Gemeindebriefe, um Leute mit einzubeziehen, die wirklich, ja, ich sage mal, am Schreibstil noch arbeiten wollen. Also die können damit auch wirklich gut arbeiten. Die sehen dann auch schon gleich Verbesserungsvorschläge, können das mit übernehmen. Und in der kostenlosen Variante geht das, glaube ich, bis 2000 Zeichen und jetzt hier in der kostenpflichtigen, Zeichen oder Wörter, ich glaube Zeichen, in der kostenpflichtigen, in der Pro-Variante, die ich habe, 5000. Also da lässt sich schon ein bisschen mit arbeiten. Ansonsten kann man ja auch immer mit verschiedenen Textabschnitten einfach auch arbeiten und Stück für Stück sich dann optimieren lassen. Und das ist, finde ich, einfach auch für, also gerade redaktionelle Arbeit, Gemeindebriefe, Textoptimierung, ist das ein super Tool. Wenn wir bei Texten sind, gehen wir dann auch direkt weiter zum Thema Chat-GPT, was ja auch, ich sage mal, so das große Hype-Thema der letzten Monate ist. Ich hatte im letzten Jahr einen Förderantrag gestellt, habe immer wieder die Möglichkeit für innovative Digitalprojekte. Im letzten Jahr waren das so Metaverse, digitale 3D-Räume, das absolute Trend-Thema und kaum war das Projekt genehmigt, kam Chat-GPT raus und die ganze Welt hat sich da drum gedreht. Und das hat so unheimlich viel verändert und das kann so unheimlich viel, dass ich einfach mal zeigen möchte, was Chat-GPT überhaupt ist und wie man das nutzen kann, wo aber auch natürlich die Grenzen sind. Was ist das? Ein generativer Text-AI, künstliche Intelligenz. Man stelle sich mal so vor, es gibt, ich sage mal, ein Tool, das Chat-GPT und da wurde in die Datenbank bis Ende 2021 alle möglichen öffentlich auffindbaren Texte und Informationen eingespeist. Das heißt, ein riesiges Hintergrundwissen. Und man kann jetzt dieser KI oder diesem Tool eine Frage stellen und aufgrund dieses Hintergrundwissens, was, wie gesagt, nur bis Ende 2021 geht, formuliert es daraus denn einen Text und es lernt auch immer wieder weiter, weil man auch, ich sage mal, bewerten kann, diese Formulierung ist gut, diese Formulierung ist nicht so gut. Als kleines Beispiel, ich habe bei einer Veranstaltung habe ich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Feedback eingeholt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, das Feedback war das genau so. Das heißt, gab es dann hier Feedback zu 3D-Räumen, Feedback zum Objekten, Feedback und Potenzial und so weiter. Die Teilnehmer konnten dann ihre Punkte im Prinzip auf Karteikarten schreiben. Jetzt habe ich diese Sätze, die hier drin standen, in einem, ja, einfach genommen, kopiert und in ein Word-Dokument, ich sage mal, gefüllt. Das heißt, allgemeines Feedback. Das heißt, dann waren hier die Überschriften und hier die einzelnen Punkte, die ich einfach aus diesen Karteikarten rauskopiert habe, sodass ich jetzt eine oder anderthalb Seiten habe und mein Ziel ist es, daraus einen Blogartikel oder einen Artikel für unseren Blog irgendwie zu formulieren. Und bei ChatGPT ist das so, man muss einen sogenannten Prompt anlegen. Ein Prompt ist eine Eingabeaufforderung. Also man muss sagen, was möchte ich mit den Informationen, die ich dir gebe. Und meine Eingabeaufforderung war, schreibe einen Blogartikel mit maximal 600 Wörtern über eine Online-Fortbildung im Rahmen des Eduverse-Social-Projektes, an der 35 Personen teilgenommen haben. Verwende eine allgemeine förmliche Sprache, vermeide Aufzählungen, nutze Schachtelsätze und genderneutrale Sprache. So, das kopiere ich jetzt mal alles. Gehe zurück in das ChatGPT und gebe jetzt diese komplette Text jetzt hier in die Eingabeaufforderung. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Und jetzt fängt das Tool an, mir einen Artikel zu schreiben. Ich mache mal so ein bisschen größer. Spannende Weiten des digitalen Raums des Eduverse-Projektes fangt jüngst eine Online-Fortbildung statt, mit welcher 35 Personen teilgenommen wird. Also das heißt, das Tool hat durch die Informationen, die es bereits, also in der Datenbank hat, gelernt, wie sehen Sätze aus und wie werden verschiedene Wortfragmente sinnvoll aneinandergereiht. und versucht das jetzt mit den Informationen, die ich jetzt reingegeben habe. Das heißt, aus den Stichworten werden jetzt, ich sage mal, ja, komplette Sätze, ich habe ja gesagt, vollständige Sätze, Schachtelsätze, dass das eben nicht so kurze Hauptsätze sind und eine förmliche Sprache und das setzt es jetzt um und schreibt mir jetzt im Prinzip einen Artikel dazu. Dieser Artikel, gucken wir mal, in der Summe so überaus positiv wurde die Nutzbarkeit von Technik nicht nur um ihrer Selbstwillen, sondern vielmals Instrument für die Förderung von Interaktion und Erlebnis aufgenommen. Hierbei wurde die wertvollen Ratschläge von Andja Röck hochgeschätzt, die darauf hinwies, was der Aufbau von Beziehungen wie sich, also ich finde diese, die Umwandlung von den Stichwörtern in komplette Sätze sehr gut gemacht. Also das ist im Prinzip eine Fleißarbeit, die Informationen lagen vor, der Inhalt in Form von Stichwörtern und diese wurden jetzt in komplette Sätze umgewandelt. Anders ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich aus dem Nichts heraus, ich sage mal, einen Artikel schreiben möchte, dann braucht das Tool doch mal ein paar tiefergehende Informationen. Ich mache jetzt zum Beispiel mal einen neuen Chat und ich sage jetzt mal, schreibe einen Blogartikel zum Thema digitale Erwachsenenbildung. So, das ist jetzt ein ganz, ganz allgemeines Thema und er fängt jetzt an zu schreiben. Er denkt jetzt wahrscheinlich erst mal ein bisschen nach, was kommt denn rein? Oh, die Zukunft des lebenslangen Lernens Einleitung in einer sich schnell wandelnden Welt ist lebenslanges Lernen entscheiden, um beruflich erfolgreich zu sein, persönliche Ziele zu erreichen. Genau, der Wolf Dieter, der schreibt auch gerade, den Chat-GPT-Texting kann man von DeeperWrite überarbeiten lassen, das ist vollkommen richtig. Das ist übrigens auch eine gute Methode, es gibt einige Tools, die vorgeben, dass sie Chat-GPT-Texte identifizieren können. Das ist auch gerade im schulischen Kontext, ich sage mal, der Fall, wenn Lehrer eben, Lehrerinnen, Lehrer, die Befürchtung haben, dass die Texte von den Schülerinnen und Schülern eben von einer KI geschrieben wurde und da rate ich einfach, wandelt den Text einfach mit DeeperWrite um, dann werden die von den Tools nicht mehr erkannt. Aber man muss ja immer nur wissen, wie man das Ganze umgibt. So, wenn man jetzt einfach mal den Text schaut, ich mache mal Stop Generating, so, ist das erst mal aus fachlicher Sicht eine Menge bla, 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 bla. Es gibt so diesen Begriff des Bullshit-Bingos, kennt das jemand? Bullshit-Bingo? Genau, das sind, wenn so ganz bekannte Phrasen einfach immer wieder Vorkommen, Lebenslanges Lernen und Digitalisierung gibt es ja eh eine Menge und das findet ja in ganz vielen Veröffentlichungen statt oder findet da auch ihren Platz und das lernt natürlich Chat-GPT und übernimmt dann auch diese Phrasen und reiht aneinander und dadurch klingt es auch erst mal sehr, sehr imposant, wenn man nicht wirklich in dem Thema mit drin ist, also das ist so, wow, toll, was der alles schreibt, aber wenn man da wirklich mal reinguckt, da fehlt wirklich auch eine inhaltliche Tiefe, wo ich jetzt aber schon merke, ein Grund, warum die Tiefe fehlt, ist natürlich meine Eingabeaufforderung, Blogartikel zum Thema digitale Erwachsenenbildung, das ist alles andere als konkret, das ist einfach so eine schwammige Bitte von mir, von daher kann da eigentlich auch nichts wirklich inhaltlich Fundiertes rauskommen, von daher wäre jetzt meine oder mein Vorgehen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blogartikel schreiben möchte, ich mache das jetzt mal über die Sprachsteuerung, ich möchte einen Blogartikel zum Thema digitale Erwachsenenbildung schreiben, schlage mir bitte drei Themen vor. So, das ist jetzt was ganz anderes, das heißt, ich habe das Themenfeld vorgegeben und ich habe gesagt, something went wrong, genau, fange einfach mal einen neuen Chat an. Das passiert natürlich auch, digitale Dienste, irgendwann sind Server nicht so wirklich gut erreichbar, fangen wir von vorne an. Ich möchte einen Blogartikel zum Thema digitale Erwachsenenbildung schreiben, schlage mir bitte drei Themen vor. So, lassen wir mal, jetzt gucken wir mal. Ich freue mich, Ihnen dabei zu helfen, das, 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 das ist schön, sowas lese ich mal gerne. So, und jetzt werden mir aus den Inhalten, die in der Datenbank sind, wird geguckt, was sind dann wirklich so gute Themen, Themen, die oft vorkommen und daraus macht jetzt ChatGPT mir jetzt erst mal drei Vorschläge. Herausforderungen, Chancen vom Online-Lernen für Erwachsene, was haben wir da oben, digitale Kompetenzen in der Erwachsenenbildung, die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Erwachsenenbildung. Ach, das, das ist doch ein schönes Thema, die Rolle der künstlichen Intelligenz. So, und dann wäre jetzt die nächste Möglichkeit zu sagen, vielen Dank, schlage mir bitte eine Gliederung für Punkt drei vor. Und da sehen Sie jetzt auch eine Stärke, dass die einzelnen Chats aufeinander Bezug nehmen. Also ich muss jetzt nicht sagen, eine Gliederung zu dem Thema, sondern es ist klar, dass Thema drei jetzt gemeint ist von den drei Themen und es wird ein Bezug dazu auch hergestellt. So, jetzt wird eine Gliederung erstellt, die ich jetzt, das ist jetzt meine Rolle, fachlich überprüfen muss. Ja, das ChatGPT gibt ja jetzt erst mal nur den Input, aber ob das fachlich auch fundiert ist, ob das richtig ist, das muss immer noch ich jetzt beurteilen. So, was ist künstliche Intelligenz? Wie funktioniert künstliche Intelligenz im Allgemeinen, KI-gesteuert und so weiter und dann kann ich das im Prinzip überprüfen und natürlich auch verändern. Und jetzt kann ich natürlich auch sagen, okay, Thema Teil 1, Verständnis von künstlicher Intelligenz, schreibe bitte 300 Wörter zum Teil 1. Kann ich ihn schreiben lassen. Und jetzt fängt er an zu schreiben und aber in einem Sprachstil, der wiedererkennbar ist, weil ChatGPT hat den eigenen Sprachstil und wenn man sich oft genug mal Texte durchliest, dann erkennt man die Texte auch am Aufbau, also auch an der Wortwahl oder am Satzbau, kurze Hauptsätze und dann erst mal positiv, negativ, am Ende eine wertneutrale Zusammenfassung, wie auch immer. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur sagen, hier oben schreibe 300 Wörter zu Teil 1, sondern ich kann dann auch sagen, schreibe bitte nur 100 Wörter in einer jugendlichen flapsigen Art. Es geht ja auch um Zielgruppen. Okay, checkt das mal aus. KI ist kein Sci-Fi mehr, sondern voll in unserem Leben. Und das heißt, jetzt wird anhand von meinem kommt, von meiner Eingabe auch Forderung, wird der Schreibstil, der Sprachstil, aber natürlich auch der Inhalt beeinflusst. Ich kann jetzt auch sagen, schreibe lieber in einer formellen Art. Also das heißt, ChatGPT ist erstmal ein großes, mächtiges Werkzeug, aber es ist nur ein Werkzeug. Also es kann nur das tun, was ich sage, setzt aber voraus, dass ich selber weiß, was ich will und auch in der Lage bin, es zu überprüfen. Das Ding nimmt mir nicht die Arbeit ab. Also wenn, ich sehe, es sind einige Öffentlichkeitsreferentinnen, Referenten hier, wenn ihr Presseartikel schreibt, ja, das kann ein Grundgerüst, ein Vorschlag kann es anbieten, aber niemals irgendwie, ich sage mal, euren Sprachstil für eure Lesergruppe. Da müsst ihr wirklich ganz genau dann auch die Eingabeaufforderungen anpassen, ändern, aber was ich finde, es ist ein super gutes Werkzeug, da beziehe ich mich jetzt auch wieder auf Gemeindebriefe, um Menschen schreibfähig zu machen, weil es gibt einfach Menschen, die haben tolle Ideen im Kopf, aber sie kriegen diese nicht zu Papier, ja, und weil das muss man natürlich üben, und hier bekommt man einfach ganz hervorragende Möglichkeiten, hervorragende Vorschläge, man kann überarbeiten, es wird einem auch Fleißarbeit mit abgenommen, ganz klar, aber die Arbeit wird nicht komplett mit ab, wird nicht abgenommen, wird nicht übernommen. ChatGPT ist kostenlos nutzbar, gibt aber auch in einer Pro-Version, Pro-Variante, da ist dann hier unten eine E-Mail-Adresse, ich habe die Pro-Variante, da ist einfach, man hat ja vorhin gesehen, GPT-3.5, GPT-4, das sind so eine Art Versionsnummern, diese Vierer, das ist das umfassendere Modell, das steht nur in der Pro-Variante zur Verfügung, und es gibt auch eine bevorzugte Serverlast, also das heißt, die Server sind natürlich sehr, sehr beansprucht, und wenn was zusammenbricht, dann erstmal für die kostenlosen User, und dann erst für die Bezahl-User, und man kann Plug-Ins mit einbauen, das bedeutet, nämlich auch ganz schön, ich kann mir, ich sag mal, gucken wir jetzt hier gerade mal, Plug-Ins, ne, es gibt eine Menge Plug-Ins, ich habe jetzt hier Chat with Video, Ask Your PDF, und Fotorealistik, Ask Your PDF, das ist zum Beispiel ein Tool, da kann ich, wenn ich ein PDF auf einer Webseite habe, gucke mal gerade, ob wir hier im Block eins haben, mal gucken, wo hat man denn hier ein PDF, ich bin gleich gut vorbereitet hier, Halbjahresprogramm, das hier hat der Ratgeber, nehmen wir den mal, so, den Link kopieren, Adresse des Links kopieren, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich wähle das hier aus, worum geht es in diesem, füge einfach den Link ein, und jetzt wird mit diesem Plug-In, das wird jetzt gleich aktiviert, im Prinzip das PDF gescannt, und ich kann Fragen zum Inhalt zu diesem PDF auch erstellen. Funktioniert mal und mal nicht, ich nutze es eigentlich kaum, weil es dafür nämlich ein viel besseres Tool gibt, was ich jetzt auch zeige, und wo ich jetzt auch, oh, tatsächlich, hier kommt was, siehst du mal, auch diese Plug-Ins, weil die sind natürlich von Fremdhersteller, die werden auch mal weiterentwickelt, manchmal gibt es Fehlermeldungen, manchmal nicht, und jetzt kann ich auf Grund oder auf Basis von diesem PDF genauso Eingabeaufforderung stellen, ich kann auch sagen, fass mir das PDF zusammen, oder auch einfach Fragen zu dem PDF auch äußern. Und Fragen, das ist auch ein gutes Thema, denn das ist nämlich das nächste Tool, hier, nämlich Ask Your PDF, und das ist nämlich das Tool, was gerade per Plug-In auch, ich sag mal, aufgegriffen wurde, und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ein PDF-Dokument reinzuladen, ihr habt euch, ich hatte doch vorhin dieses übersetzte Terms of Condition von dem Dienst, muss ich mir gerade mal raussuchen, genau so, und das ziehe ich jetzt hier einfach mal in das Browser-Fenster rein, Upload Dokument hier, jetzt wird es gescannt, und jetzt kann ich, wie der Name sagt, Ask Your PDF, mich mit dem PDF-Dokument unterhalten, und kann auch Fragen stellen zu diesem PDF-Dokument, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier ein paar Vorschläge, wie kann ich mein Benutzerkonto löschen, so gebe ich jetzt einfach mal ein, und dann durchsucht er das PDF und sagt mir, auf welcher Seite ich das finde, und das ist eine ziemlich coole Sache für ewig lange Anträge und Dokumente, und wir haben es ja im Kirchenkontext auch wirklich auch oft mit unheimlich vielen Dokumenten oder mit langen Dokumenten auch zu tun, also wenn ich allein die ganzen EKHN 20, 30 Arbeitspakets Dokumente sehe, teilweise 70, 80 Seiten PDF, und wenn man da mal eine Information irgendwie raussucht, ist das eine total coole Sache, und ja, ist einfach auch nochmal ein spannendes oder ein spannender Einsatz auch von diesem, ja, von dieser Art von künstlichen Intelligenz. Close Chat, man muss sich da auch noch nicht mal anmelden, sondern kann das im Prinzip hier hochladen. Grundsätzlich ist natürlich immer die Sache, egal wo so ein KI-Tool auch liegt, ich würde immer davon abraten, mit sensiblen und ja, vertraulichen Informationen zu arbeiten. Thema Datenschutz wurde noch nicht gestellt, aber das kommt natürlich irgendwann noch, wenn es natürlich um die Übermittlung von sensiblen vertrauenswirklichen Daten gibt, dann, ja, ist das natürlich ein No-Go, aber ich sag mal, für Berichterstattung, Gemeindebriefe, Sachen, die sowieso veröffentlicht werden sollen, ist das ja überhaupt gar kein Problem. Und dann kommen wir nämlich jetzt vom Thema Text, Arbeit mit Text, Text erstellen lassen auf das Thema Arbeiten mit Bildern, und hier habe ich nämlich auch drei Sachen, die ich nur vorstellen möchte und dann haben wir nämlich auch noch ein bisschen Zeit für die Fragen und für Rückmeldungen. Zum einen möchte ich gerne mit Journey vorstellen. Mit Journey hat vielleicht auch schon der ein oder andere gehört. Mit Journey, das ist ein, ja, ein Bild oder generatives Bildbearbeitung oder Bilderstellungsprogramm und das läuft über, ja, lustiger oder seltsamerweise über Discord. Also Discord, das ist eine Kommunikationsplattform, kennt man eigentlich früher so aus dem Gaming-Bereich, so ähnlich wie Microsoft Teams. Also man kann sich da einen Account anlegen, mit anderen Leuten chatten und man legt sich diesen mit Journey-Bot als Kontakt an und kann dann im Prinzip Eingabe auf Forderung machen und Bilder schreiben. Und während ich jetzt erzähle, bitte ich jetzt mal den Christian Weise, mir mal in den Chat zu schreiben, was für ein Bild du jetzt gerne generiert haben möchtest. Einfach schreiben, irgendwie ein Symbolbild für Dingenskirchen, das weißt du ja und dann gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Mit Journey ist kostenlos eingeschränkt nutzbar, das ist sehr, sehr unübersichtlich, weil dann nämlich die, also hier sieht man so diese, das ist wie so ein Facebook-Feed, im Prinzip meine Unterhaltung mit Mid Journey, aber wenn ich die kostenlosen Variante habe, dann bin ich in dem Feed, wo alle Nutzerinnen und Nutzer von Mid Journey zeitgleich drin sind, das ist super unübersichtlich und in der Bezahlvariante ist es halt eben möglich, so private Chats zu machen, sodass ich einfach alles im Überblick habe. So, er sagt jetzt Symbolbild für ein Taufest, schreibt der Christian in den Chat und da sind wir jetzt nämlich auch bei dem konkreten Punkt, was oder worin besteht ein Symbolbild für ein Taufest, weil ich hatte ja vorhin schon bei dem Text gesagt, es kommt wirklich auf den genauen Prompt drauf an, also auf die Eingabeaufforderung und wenn ich jetzt jemandem den Auftrag gebe, sage mal mir ein Bild, Symbolbild für ein Taufest, das lässt sehr viel Raum für Spekulationen offen, das heißt, je konkreter ich das festigen kann, beschreiben kann, desto ja, genauer wird nachher auch das Bild. So, Helge fragt noch, was mit Journey kostet, ich glaube 15 Euro im Monat, genau, also das muss man sich einfach, muss ich gleich nochmal auf der Website nachgucken. So, jetzt hat der Christian geschrieben, 10 Euro, ach David, ich grüße dich, hallo, also 10 Euro im Monat, sagt der David. Also, Christian hat jetzt im Chat geschrieben, mal mir ein Bild, mit dem viele Menschen einen Outdoor-Gottesdienst mit Taufe bei Sonnenschein feiern, das ist eine ziemlich konkrete Sache, aber damit Journey jetzt nur in Englisch arbeitet, könnte ich jetzt sagen, Christian, schreib mir das bitte in Englisch, oder ich gehe hier gerade nochmal in meinen Deepel rein, den Übersetzer und lasse es mir gerade, Moment, ich Halt, ich bin hier noch im Write mit drin, genau, so, ich will es mir in Englisch übersetzen lassen, Englisch-Britisch, so, dann lasse ich es mir gerade übersetzen und dann habe ich auch diese Eingabeaufforderung im Englischsprachigen und gebe jetzt diesen Befehl ein, das ist jetzt bei mit Journey, das läuft über solchen Befehlen, das heißt, Imagine, erstelle mir ein Bild und dann kommt dieser Prompt, wird hier reingestellt und dann ist im Prinzip, ja, das Tool jetzt am Arbeiten. Ich kann parallel, das dauert jetzt maximal eine Minute, ich kann parallel auch noch mal ein Bild erstellen lassen, ein realistisches Foto einer Katze in einer Stahle mit Äpfeln, da der David da ist und der Katzenbilder liebt, mache ich jetzt auch mal ein Katzenfoto. So, und nehme das jetzt hier auch mal und während der hier noch arbeitet, mache ich hier schon den nächsten Prompt und jetzt sieht man auch so schön, wie das Bild jetzt hier oder generiert wird. So, und aus der Erfahrung, das ist jetzt nämlich die ganz große Kunst, wenn das Bild nicht so wirklich passt, dann liegt das nicht am Tool, sondern am Prompt und das ist wirklich ein ganz spannender Punkt mit dieser Beschreibung und auch einer der Gründe, warum das sogenannte Prompt Engineering, also das Prompt Erstellen, einer der gefragtesten IT-Berufe derzeit ist. Also, ich habe jetzt mal Bericht gesehen, die werden Händeringen gesucht, geht bis 300.000 Dollar Jahresgehalt, also wirklich Menschen, die diese Prompt erstellen, Prompt Ingenieure, aber da bin ich der festen Überzeugung, dass sich das noch benutzerfreundlicher regeln wird, denn das wird nachher wie bei einer Software sein, wenn sie nicht bedient werden kann, dann ist sie zu unübersichtlich. So, jetzt schreibt Florian gerade noch, bei Bildern ist immer der Datenschutz, wem gehört das Bild mit allen Rechten. Wenn wir uns jetzt hier einfach mal, gucken wir uns jetzt mal Christian sein Taufbild an, das ist ja nur ein Symbolbild, genau, ja, wie ist das mit diesen Bildern? Also Datenschutz, es greift da ja erstmal gar nicht, da sind ja keine personenbezogenen Daten, die übermittelt werden, sondern es geht um Urheberrecht, ja, und da ist die Rechtslage gerade so, Maschinen haben keine Rechte, also eine KI hat keine Rechte und da wird sich vielleicht was ändern, aber aktueller Stand ist, dass KI keine Rechte haben und wenn eine ausreichende Schöpfungshöhe erreichbar ist, das ist so der Text, dann kann ich sogar das Urheberrecht für dieses Bild beanspruchen. Zweiter Punkt ist Recht am eigenen Bild, Kunsturheberrecht, diese Menschen, gut, das sind jetzt hier Symbolbilder, aber ich kann natürlich auch, ich sag mal, Menschen erstellen lassen, guck mal gerade, genau, hier habe ich zum Beispiel auch Leute, genau, und diese Menschen, die gibt es nicht, ja, das sind Menschen, die von der KI erfunden wurden, also da gibt es auch kein Recht am eigenen Bild und kein Kunsturheberrecht und keine Verstöße, sondern das kann ich ganz bedenkenlos einfach nutzen. So, jetzt haben wir uns die Symbolbilder von Christian angeguckt, jetzt natürlich nochmal den, oh, Moment, oh, ich muss sagen, es ist echt eine beeindruckende Qualität, ja, also die Fotos, die sind ja wirklich von professionellen Fotos ist auch nichts zu unterscheiden und wie gesagt, diese Katze und auch diese Äpfel, die gibt es nicht, die gab es nicht und sind jetzt im Prinzip neu erfunden worden und diese Bilder, die können einfach verwendet werden, wie, sehe, wie ihr es wollt. Ein weiteres Tool, was, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, im Moment gerade, ich sage mal, auch sehr aktuell ist und was auch mit Bildergeneration zu tun hat, ist Adobe Firefly. Firefly, das sehen wir hier, gucken wir uns jetzt mal aus zwei Gesichtspunkten oder aus zwei Aspekten an, einerseits im Browser, andererseits ist das schon in der neuen Beta-Version von Photoshop auch mit integriert und da ist das wirklich halt das super geniale Funktion, die ich gleich mal zeige. Und auch hier haben wir die Möglichkeit eines Text-to-Image, das heißt, ich gebe hier, im Prinzip, ich nehme jetzt doch mal Realistic Photo of a Cat in a Bowl with Apples, lasse ich jetzt mal generieren und kann jetzt hier auch eingeben, welches Format ich haben möchte, Landscape, Portrait, eins zu eins, möchte ich lieber, ich sage mal, so ein Kunst-Type haben oder mehr grafisch, möchte ich lieber ein Foto haben, es wird immer dann auch direkt überarbeitet, möchte ich lieber ein Foto haben. Das kann natürlich auch total spannend sein, wenn es so um Illustrationen zum Beispiel auch von Geschichten zum Beispiel auch geht, weil also gerade auch so diese Grafik und Kunstfilter, hier gibt es dann auch nochmal verschiedene Filter, die nochmal draufgesetzt werden können, da kommen schon sehr, sehr ansprechende Inhalte bei raus und Firefly, das ist aktuell, ist noch in der Beta-Variante, ist kostenlos nutzbar. Das Einzige, was man eben braucht, ist ein Account bei Adobe und später, wenn man dann halt eben, ich sage mal, ein Photoshop-Abo hat oder irgendein Adobe-Abo hat, dann wird man das auch mit nutzen können. Neben dem Text-to-Image gibt es natürlich auch Möglichkeiten generatives Füllen, das heißt, hier kann ich zum Beispiel mal ein Bild hochladen, ich nehme jetzt mal ein Foto, das ist von der Preisverleihung aus Mainz, mal gucken, ob das hier auch funktioniert und ein Selfie, jetzt hat man hier im Hintergrund eine Person, gerade kam ja schon so, dass die Frage, nachdem darf man das im Prinzip mit veröffentlichen und ich markiere jetzt einfach mal diese Person mit dem Pinsel, den ich jetzt hier habe, gehe auch ein bisschen über mich rüber, jetzt gucken wir mal, halt Generate, jetzt ist er am Generieren und hat mir jetzt diese Person hier hinten rausgenommen mit verschiedenen Vorschlägen, das kleine Palm passt so aus, also da kann man wirklich mit wenigen Mausklicks dann auch Fotos bearbeiten und auch Personen oder Inhalte entfernen, die unlieb sind, das geht total schnell und unspektakulär, Sachen, die ging vorher natürlich auch mit anderen Tools, aber jetzt auf diese Art und Weise geht das einfach unheimlich schnell und das wirklich Geniale, finde ich jetzt auch, ist diese Integration in Adobe Photoshop, dafür muss ich das mal gerade starten, die Freigabe beenden, aktuelles Beispiel hatte ich jetzt gerade heute, ein Kollege hat mir für einen Blogbeitrag ein Bild geschickt, so, das gucken wir uns hier mal an, hier das Bild, quadratisch praktisch gut, aber nicht in dem Format, wie unser, wie unsere Blog-Bilder sein sollen, unsere Bilder im Blog sind im 16 zu 9 Format, jetzt kann ich das natürlich machen, 16 zu 9 Format Bild erstellen, andere Hintergrundfarbe, aber mit dem Firefly ist das wirklich total super und zwar und zwar die Freigabe hier mal reingehen, erstelle ich jetzt einfach ein Bild in der gewünschten Größe oder in dem gewünschten Format 16 zu 9, kann jetzt das Bild importieren, mal gucken, das war das hier, genau, so, und jetzt markiere ich hier diese Seitenbereiche und sage generatives füllen, jetzt wird ein bisschen gearbeitet und dann wird das Bild im Prinzip um das, den Rest des Formats erweitert, das werden wir jetzt gleich sehen, wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas im Vorführeffekt, was ganz unspektakuläres, gar nicht mal, so, also das heißt, jetzt ist aus dem quadratischen Bild ist jetzt plötzlich ein 16 zu 9 Bild geworden und man sieht hier überhaupt keinerlei Übergänge und das finde ich was total Fantastisches, ja, sogar wenn ich, sag mal auch, ich nehme noch mal ein anderes Bild und zwar habe ich hier ein Hochformat Bild und oft habt ihr das ja auch, da haben sie das ja auch in den Gemeindebriefen, wissen, dass es dort auch ein bestimmtes Format geben soll oder auf den Webseiten und dann hat man ein schönes Bild und sagt, ah, das ist jetzt im falschen Format, dann wird das irgendwie beschnitten, dann sieht das aber auch doof aus und jetzt kann man hier wirklich die Seiten markieren, generativ füllen lassen und hat dann ein passendes 16 zu 9 Bild. Warten wir noch mal ein bisschen zack, so und wenn man jetzt hier einfach auch mal schaut, also ich sehe, ich sehe da keinen Unterschied, ich sehe da keine Übergänge und ich wüsste nicht, wie man das irgendwie vorher mit einem Bildbearbeitungsprogramm so hinbekommen würde und das ist wirklich ein Feature, was ich regelmäßig nutze, also gerade für Bildredaktion, wo ich sowas von begeistert bin. Es ist schon zehn vor sieben, ach Gott, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Wir schauen jetzt mal gerade in die Fragen, die hier noch so drin sind. Die Hilke hat gefragt, welche Kosten sprechen wir von dem Programm? Das hatten wir, dann ist die Frage, wie ist es mit den Rechten an den generierten Bildern? Darf ich die kostenfrei nutzen? Genau, das hatte ich ja auch beantwortet, die dürfen kostenfrei genutzt werden, also es wird kein Urheberrecht verletzt und kein Recht am eigenen Bild verletzt. Es sei denn natürlich, ich lade jetzt ein Bild mit einer echten Person hoch und bearbeite das, dass diese echte Person noch zu sehen ist, aber wenn ich ein Foto habe, wo Personen generiert werden, die es so nicht gibt, das kann ich nutzen. Können die Bilder ohne Rechte einzuholen verwendet werden? Das hatten wir diese können kopiert und angepasst werden. Danke, Wolf Dieter, das ist ein guter Hinweis, das gucken wir uns mal an. Lexika.art, das ist auch mal ein bisschen gut, ich sage mal, für Prompt-Training. Können wir hier mal schauen. Muscat Robot, Modern Robot, Round Robot, Logotype, Icon, Cartoons, Superhero, Pose. Genau, da kann man vielleicht auch mal ein bisschen das Prompten trainieren, weil das ist wirklich eine Übungssache und ich habe jetzt halt auch schon gemerkt, also wenn irgendwas nicht hinhaut, dann liegt es wirklich an dem Prompt. Es gibt eine Menge Dienste, die dieses Prompt-Engineering, dieses Prompt-Erstellen anbieten, aber ich rege einfach dazu an, das einfach mal auszuprobieren, also sowohl beim Text als auch bei Bildern. Erstens macht das Spaß und zweitens hilft das auch ungemein auch mal zu fokussieren, was ich eigentlich möchte. Also wie bei dem Beispiel Taufbild, das ist eben nicht nur ein Bild von der Taufe, sondern ich mache mir dann schon mal Gedanken, was soll da ganz konkret mit drauf sein. Kann man darüber Einladungskarten erstellen? Darüber ist es natürlich schwierig, weil wir viele Dienste vorgestellt haben, worüber Einladungskarten zu erstellen sind oder worüber das möglich ist und da kann ich Canva empfehlen. Das ist auch ein Grafik oder ich sage mal so Photoshop für Leute, die kein Photoshop können. Ich bin total begeisterter Nutzer von Canva. Es gibt auch für Kirchengemeinden kostenlose Accounts und hier kann man dann auch wirklich Social Media Posts erstellen, wie jetzt den für heute, den habe ich hier drüber erstellt, den kann man sich teilen lassen und kann man dort auch direkt als druckfertige Dateien runterladen, in die Druckerei geben oder auch direkt von dort in Auftrag geben. Und da gebe ich gerne mal bei uns im Blog, da habe ich nämlich auch einen Artikel zugeschrieben, Canva, Grafikdesign mit Canva und hier sind nämlich auch die Links Canva für Education und Canva für Non-Profit, wo Kirchengemeinden einen kostenlosen Canva-Link auch erstellen können. Ich gebe dir mal in den allgemeinen Chat und ein kleines Einführungsvideo, was Canva generell kann. So, und dann sind wir mit diesen Fragen auch nochmal durch, Antworten gegeben. Ich würde jetzt die Aufzeichnung zum einen beenden. Von daher sage ich jetzt für die jenigen, die die Aufzeichnung angucken, schön, dass ihr angeguckt habt und alles Gute und bis bald. Das ist gut. Das ist gut. Das ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017